Hinter der in Potsdam gefundenen Paketbombe steckt eine Millionen-Erpressung gegen den Paketdienst DHL. Laut den Ermittlern ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klar, dass die Bedrohung nicht dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt der brandenburgischen Landeshauptstadt gegolten habe. Sprengstoffexperten der Bundespolizei hatten am Freitag ein Paket unschädlich gemacht, das in einer Apotheke in der Potsdamer Innenstadt abgegeben wurde. Darin befanden sich eine Blechbüchse mit Nägeln, Batterien sowie Drähte und ein verdächtiges Pulver. Die Ermittler konnten ein Drohschreiben aus dem zerstörten Paket rekonstruieren, aus dem die Erpressung gegen DHL hervorgeht. Anders als zunächst angenommen, war das Paket offenbar zündfähig. Dass es keine Explosion gab, sei einem glücklichen Zufall zu verdanken, hieß es. Nach jetzigem Ermittlungsstand sind weitere solcher Sendungen möglich. Die Behörden raten deshalb dringend dazu, auffällige Pakete nicht zu öffnen, sondern unbedingt die Polizei zu rufen. Solche Pakete sollten möglichst nicht mehr bewegt und Anwesende gewarnt werden. Ich höre noch an und an. яз castle die Verbrecher nicht mehr Geschwindigkeit. Um 5.5 Uhr in der Potsdam öffnenjah intelligences zu happens, müssen die Daten nossa- und Anwesende gew rhyme 我 will überprüfen. called in die Wirk Christina. Vielen Dank.